ja das stoff was was no joe ich hab das gefühl dass das nächste was tony passiert weißt du erst ist sie jetzt gegen irgendwas gegen gefahren und dann nächste woche kommt sie online und dann ist da ihr auto drin auflässig i guess putting heavyweights in a cart isn't a great idea